Hallo meine Hardys da draußen, wie gehts? Peter, du bist richtig gay. Wie gehts? Mein Lieblings Hardys ist hier dabei. Wir haben die Preparing-Phase über eine Minute, was soll das denn? Was? Das ist so, damit Hardys joinen kann. Ich bin da. Hardys ist da. Hardys ist da. Wir können starten, Peter. Ist die Preparing-Phase jetzt immer eine Minute? Soll ich euch auseinanderhauen? Boah. Nur in der ersten Runde. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab Licht ausgemacht. Ich hab Licht ausgemacht. Hier kann man Licht ausmachen und an. Also auch Innocenter, by the way. Aber geht nicht. Also ich kann das gerade nicht. Der mit E? Jaaa, ich drücke E. Vielleicht stehst du zu nah davor und du kannst dich nicht bewegen. Also ich hab das gerade da gemacht. Vielleicht hat das einen Cooldown. Vielleicht. Wenn du dich die ganze Zeit an- und ausmachen kannst. Das wär echt nervig. Wär sogar sinnvoll. Oh, coole Waffen, ja? Das ist ne gute Idee, Domi. So. Ja, mal gucken, Edo. Die Musik, seid mal kurz ruhig. Lass uns doch mal jetzt einen hier auf Schnopps machen. Oh scheiße. Ich muss erstmal meinen Monockel richten. Oh, herzlich willkommen. Ist das jetzt die Cooldown? Das ist... Ja. Ne, keine Ahnung. Was ist denn die Cooldown? Mr. Hemsbury. Mr. Hemsbury. Mr. Hemsbury. Wer möchte mit mir einen Tee trinken? Mr. Hemsbury. Hallo? Das Brett spielt Cooldown nur als Karte. Mr. Bosathor, wer möchte mit mir einen Tee trinken? Mr. Bosathor, wer möchte mit mir einen Tee trinken? Mr. Bosathor. Ist ja geil. Hallo, Herr Bosathor! Herr Bosathor! Ja, ich wollte eigentlich nur sagen... Hey! Ja, ich warte auf einen von euch. Ich warte auf meine Karte. Ja, bitte. Willst du eigentlich von Beruf? Hallo! Vielleicht Gärtner oder so? Hallo! Hallo! Ich muss mal kurz von meinem Würstchen abweißen. Oh, ich hab einen Geheimgang gefunden. Es gibt hier Unterbewusstchen. Andy ist Traitor, der guckt sich jetzt mal die Sachen an. Hallo! Hallo! Mr. Bosathor hat einen Geheimgang gefunden. Oh, ich habe einen Geheimgang gefunden. Das ist shitty fuckig Cheaty fuckig Alter man kann echt so Bilder drehen Hier ist auch irgendein Geheimgang Das ist cool Uh cool in der Küche kommt man dann raus in der Flasche Why Aber der Geheimgang bringt mir nix Es wird voll dat geiles Spiel auf der Map Man kann echt Bilder drehen Wie cool ist denn das? Oh shit Alter hab ich mich erschrocken What the fuck Alter hab ich mich erschrocken Komm Peter wir haben hier 5 Uhr Tee Oh ja oh ja Lass uns zusammen einen Tee trinken Warte mal Du gibst mir dein Handy Christian 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 Oh Peter wenn du mich weg machst Ich hab selber geholstert warte mal Wir müssen dir das Ding aufstellen Oh ups warte Was kannst du eigentlich Ich versuche hier grad den Tisch zu legen Team Time hat begonnen Tee Time hat begonnen ja Leute jetzt geht's los So dunkel hier Ich krieg das Ding ich aufgestellt Kann man das drehen? Ui Aber das steht immer noch nicht Klappt nicht Haben wir überhaupt schon einen Traitor gefunden? Warte mal hier Ari lebst du hier? Jay hat Peter gemacht Ich habe Jay gemacht Und der war Traitor Also ich bin Prover Wie hast du das denn geschafft? Der fing auf einmal an zu schreien Das ist Und ich weiß nicht was da gekommen wäre Da hab ich mir schnell meine Shotgun gezückt Der hätte dich glaube ich weggetreten Oh Bram hat ne Leiche Opfergabe Hast du Jay sein Leiche Oh lord Oh Gott Ja ich darf seit ja wohl Aber hier ist doch Jay seine Waffe oder? Ist da dich hier die Halle Hula Hula Raffe? Warte denn Ist da grad jemand gestorben Habt ihr euch grad das gegenseitig? Ne habt ihr nicht Nein haben wir nicht Ich hab auf die Hula Hula geschossen Ist der ein Gramm Proven? Ja Proven will ich noch nicht Ich bin der einzige der Proven ist denn ich hab Jay gemacht Außer du hast deinen Teamkollegen gekickt Ich bin innocent Ja gut wär auch nicht das erste Mal aber Ja ich bin innocent der am lautesten schreibt der isl Hast du klar Hadi ist der andere Na ja Komm ich mal Licht aus Ne geht wieder nicht Da guck mal Peter ist hier Und wer ist da oben Der Bram Gehen wir noch mit 3 Jetzt riech durch Ich riech jetzt 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 riech Ach Hadi ist hier Komm ja schon grinst Machen weg Nein Mann warum Freck'n Nate Hallo Hadi mal was da hingeworfen Alter Damit er ein bisschen Ruhe gibt da unten Hat er sich hier verchanzt oder was Na der ist da unten drin Ja komm Oh Christian hat Licht ausgemacht Nein hab ich gar nicht Oh Bram hat Licht ausgemacht Hab ich doch gesagt Oh Bram hat Licht ausgemacht Er ist Gärtner Hallo Peter Hallo Bram Hallo Peter Hallo Bram What the fuck Alter jetzt Sepp auch schon wieder her Wieso treffen wir uns eigentlich zu dritt die ganze Zeit Ja das verstehe ich auch nicht so ganz Ey Sepp hat Wünste jetzt machen Abgang Warum Bram wird Bram wird böse ich und garst dich Aua Au Hadi Hadi ist hurt Christian lebst du noch Hadi hat geschossen Ja ja Christian schießt Lol Alter what the fuck Du drehst dich einfach um bevor ich die Waffe wechsel und schießt auf mich Ja ich dachte Hadi hätte auf mich geschossen Hahaha Und Hadi stand halt hinter mir Oh man Und dann kommt Christian da Voll unsichtbar Alter war das geil Ich war nicht unsichtbar Echt nicht? Ich wusste natürlich nicht wie das ist Ich dachte da wär so Red So instant der Kicker oder sowas Da kam das Das ist Sparta Und da kam halt der Schiff Weißt du wenn ich den dann in das Loch reintreten wollen würde Oh Leute Gerade auch so ein Bein Ja aber das hab ich natürlich Da bist du nicht mehr gekommen oder? Ja Ne Ich bin Doch der dritt Ich hab nicht getroffen Ah Also ich muss sagen ich bin teilweise echt überfordert mit dem Traitor Menü Ich musste überhaupt stehen bleiben und gucken Ja vor allem wie viele Sachen Ja eben Es sind so viele Sachen Absolut Guck mal hier Aber das ist doch vielleicht noch im Anfang Nach ner Zeit hast du das hier raus Ja Schon Ja ja Sepp Kann sein da grundenmäßig irgendwie so primär Waffen vorgegeben Sepp muss halt nur suchen wo die Bombe jetzt ist Das dauert halt ein bisschen länger Es liegen hier Waffen rum Ja ne ich mein aber hier liegen halt diesmal überall so MPs rum Boah Alter Hier Christian mach mich direkt Es gibt doch Schrotzen Na ohne nicht Nicht an Ich hab die Karte immer irgendwie noch nicht so richtig hier durchblickt Das war so geil Das ist Spaß Das ist Spaß Moment jetzt ist er noch Traitor Oh scheiße jetzt weiß ich nicht mehr wie ich hier rauskomme Hier sind ja nur Bücher Oh yeah Komm es geht auf So Hadi jetzt guck mal wie ich rauskomme Hadi geh mal in den Raum rein La 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 Ich komm rein Hadi ist weggerannt Ja ich bin weggerannt Die Bucke ist so geil Okay wo bist du Christian Ich steh dich gar nicht Hier sind ja nur Bücher Hier sind ja nur Bücher Ja Da finde ich ziemlich fett die Map Hallo Wo hallo Oh was ist denn das hier für ein Raum Christian wo bist du Ich steh neben dir Siehst du mich nicht Du willst mich doch verarschen Ach da Neu Ist voll dunkel Christian ist übrigens bei mir Mit Strom sparen Wollte ich nochmal kurz sagen Du hast Peter Ja halt ich hab Angst zum Dunkeln Ey das ist voll gruselig hier Ich wollte herausfinden Komm lass uns mal hier an den Tisch setzen Ja 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 und dann Ey Moment du hast den Tisch umgeschmissen Warte warte Du hast den Tisch umgeschmissen Ey Peter lass mich hier raus Jetzt hast du den Tisch Ich hab dir ein schönes Bad genommen Ja Ey das ist voll das schmissen Voll das gruselig hier Voll das gruselig hier Ja aber du kannst du den Von den Tisch umschmeißen Darf ich nicht Darf ich nicht Ja ja Jetzt hast du den Tisch kaputt gemacht Ja das halte ich von dem Tisch Das regnet das hier drinnen Na Wo macht ihr denn da für'n Quatsch Das ist von außen Ja jetzt ja Ich war noch nie in der Garten Aber hier kommt noch ein bisschen Regen rein Ich finde wir könnten hier eigentlich drin bleiben Oder Ich finde da auch Ja weiß ich noch nicht so ganz Aber können wir gerne Von der kann noch keiner reinkommen Oder das ist doch die einzige Tür Oder das Ich weiß nicht ob es hier nicht eventuell auch Geheimgänge reingibt Was denn für ein Geheimgänge Bisher waren in jedem Raum mehrere Oh Was ist der denn sogar Wo ist denn Sepp Ach hier ist Sepp Alter gelichtet goldene Diegel Ich hab ne goldene Diegel Christian wo bist du hin Ich stehe immer noch Nehm dir einfach Ich möchte ich da Weil du bist durch ne Wand Ich hab wohl gold Nein ich stand hier Ich möchte dich platt machen LoL Du kannst dir ein Bügelbrett auf und zu machen Das bringt zwar keinen Aber das ist voll cool Bügelbrett auf und zu machen Wie macht man denn ein Bügelbrett auf und zu Aber wir haben übrigens noch nicht die vorherige Map bewertet Wie geil die wir die fanden Ach so Ach so Ach so Da sind mehrere geradeaus durch Da sind mehrere geradeaus durch Oh shit da sind voll viele Jalla Komm Jalla Bombe Einmal Jalla Bombe Das ist Christian und mein Raum hier ja Einmal Jalla Bombe hier Ich weiß nicht wenn Hadi das wäre hätte der schon Dann hätte der schon versucht mich platt zu machen oder so So lange hier in den Raum Ja ich glaub schon Warte der Stil ist noch kaputt Also wenn einer wenn 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 Ups Alter Ach jetzt kommt der Raum da hier rein Du bringst das Karma dieses Zimmers durcheinander Ich wusste gar nicht dass hier ein Zimmer ist Voll leid Ja ja du hast du wir wollen hier privat bleiben Ja Bram kommt gleich über den Seiteneingang Ich bin einfach irgendwo hingelaufen Ey hier siehst du hier Hadi Ja da kann man ja doch rein Hier ist eine Bombe Ich hab's ficken Na was wo Wo ist denn hier Was Wo ist denn hier Wo ist hier Als ich hier stand Da wo wir gesport sind hat Sepp gesagt Ich häng fest Ich häng fest Oh das meinst du wir sind noch zu einer Ich häng fest Wie du hängst fest Wo denn Ich Ich bin Da reingehen Nein Bram ist glaube ich gerade gestorben Nein Jay Nein Jay Nein Jay Ich hab das doch einmal kippen gehört Ich glaube Bram ist gerade gestorben Hadi oder Also ich war bei Hadi und Sepp Ja aber dann hast du im Spiel gesagt Waaaah Gehört Hadi und Sepp waren bei mir Bram lebst du noch Na Peter es tu nicht so Ich bin nicht Traitor Du bist der einzige der nicht hier ist Also der hing fest und ist drauf gegangen oder was Okay also ich würd mal sagen Oder er sagt einfach nichts mehr Peter klettert irgendwo Weil Christi dann kann ich ja nur Peter gewesen sein Ich war nicht Ich glaube Jay war nicht echt Das kann nur der Peter gewesen sein Ki hätte ich mich aber die ganze Zeit die ganze Zeit permission Ich glaube es sind Sepp und Jay. Ich frage mich allerdings, wenn ihr da hinten rumgefunden habt, warum ihr da noch rumrennt. Sepp war die ganze Zeit bei mir und Hardy auch. Ja, aber Peter, das spricht jetzt nicht unbedingt für dich, Vader. Ich glaube da trotzdem, deswegen... Peter, glaubst du aber nur, weil du Traitor bist und sonst keine anderen Kollegen beschuldigen willst. Gucken wir mal. Wo bist du denn, Peter? Da kommt einer. Da schießt doch einer. Jay, kommt auf mich zu. Hardy? Hardy is it. Jay? Ich mach gar nicht weiter. Nee, das heißt. Ach hör auf. Wait, Christian lebst du noch? Christian ist der andere Traitor, oder? Sepp lebst du noch? Christian ist Traitor bestimmt. Ja, das weiß ich. Und du bist jetzt tot, ne? Fuck. Ja, das war aber daneben, Peter. Das tut mir leid. Der ist oben. Ich bin grad mega verwest, was hab ich getan? Der Peter ist oben. Der ist oben! Das kann nicht wahr sein. Da hätt ich mir mehr Zeit mehr. What the fuck, Jay? Jay, wie hast du dich gekillt? Ardi, Ardi, du bist so eine miese Schlampe. Das ist echt der Hammer. Du mieses Stück, ey. Ich hab gesehen, ich hab noch 33 Sekunden auf der Uhr gehabt. Da musst du dich täten, der irgendwie... Aber da... Was ich dir zugute halten muss, ist wie lange du durchgehalten hast. Ey, Jay. Jay, wie hast du da mit der Leiche hingekriegt? Welcher Leiche? Ah, ich hab den Dead Ringer benutzt. Ich weiß noch nicht, wie der funktioniert. Das ist auf jeden Fall so ein Glockding. Ich hab dich grade angeschossen und dann ist da ne Leiche runtergefallen. Ohne Spaß, ich dachte, ich hab dich plattgemacht. Ich bin da hängen geblieben. Okay, der Dead Ringer ist ja mega geil. Was noch macht der? Der Dead Ringer ist das Ding vom Spy von Team Fortress. Das ist genau so. Das ist auch so ne Uhr. Und wenn ich... Entweder kann ich mich cloaken, unsichtbar machen scheinbar. Oder wenn ich angeschossen werde, droppe ich ne Leiche. Und das wäre direkt unsichtbar. Das ist so übel gewesen. Ich hab gedacht, der wäre tot. Ich hab halt gesagt, Sepp schießt, Sepp schießt. Und dann war ich halt, ne? Du darfst aber dein Licht nicht anmachen. Weil dann sieht man das. Das hattest du vorhin an. Hammer. Ich hab ne neue Waffe gefunden. Was denn? Unsichtbar. Die AN740. Die schießt die in der AK. Ich hab nur ne Scheiße. AR15. AR15 heißt. Ich bin kein Traitor, man. AR15 kenn ich. Die kenn ich. Die kenn ich. Die kenn ich. Ich bin Peter. Die kenn ich. Ich kenn das. Na Jay hat einfach gar keine Waffen an. Ey cool, die liegt hier echt auch rum. Ich find den am Augen ein bisschen. Fand ich mega geil. Schwierig dich. Ach komm fuck off du scheiße. Warum gehen die Türen eigentlich alle nach innen auf? Ich bin echt so doof die Tür aufzumachen. Ich lauf jedes mal dagegen. Von mir. Oh Nebel, Nebel, Nebel. Achso. Mit Gematisten wird man hier so alles aufmachen. Geh weg, Hadi. Die hat sogar ein Red Dot. Geh weg, geh weg. Alter. Nein, die AN hast du nicht gesehen. Wo kommt man in den Schein? Alter. Christian ist mit ner Shotgun hier. Ich hab dich gar nicht gesehen. Wo kommt denn die Mongo Musik hier her? Jetzt renn bitte nicht hinter mir her. Ich würde die mega geil, die Bogen. Ich würde die gerne lauter machen. Ey, man kann gar keine Muni für das Ding finden. Ja doch hier. Hier ist ein Megafon, Jay. Ich hab keine Position dafür. Guck mal zu mir. Null. Hallo. Hat mir den Da-Schaden gemacht. Hallo. Ich hab keinen Scheißer gemacht. Christian ist bei mir. Hey. Wo bist du? Ja. Ich bin hier. Komm mal in die Eingangshalle. Ich kriegst noch einen Schadenspunkt. Man sieht sich gar nicht im Spiegel. Hier vorne ist die Musik. Du weißt ja, die Musik lauter hören, oder nicht? Du bist ein Vampir, Christian. Komm mal hier rein. Ja, stimmt. Stell sich daneben. Du machst mich nicht weg. Ach diese Musik. Ne, die andere. Dieses. Ich glitzer auch im Sonnenlicht, Hadi. Oh ja wohl, ey. Warum? Das feint hier eigentlich. Warum feint das da? Irgendjemand hat eine Smokefue ihn geworfen. Ach so. Sieht wie, Siegnid. Wattdoppi. Ich werd jetzt meine Incendary unten in den Flur werfen, ne? Pff. Wat? Hab ich schon. Warum? Mitten in die Lobby rollen. War voll gut. War voll gut. Ich mach das jetzt einfach mal. Mach Hadi. Mach Hadi. Mach Hadi. Watt? Bram ist Traitor. Bram ist Traitor. Bram verpiss dich. Hau ab. Traitorwaffe. Traitorwaffe. Mega witzig. Krass, ich will die Waffe haben. Alter. LOL. Wer hat das gedroppt? Der ist Traitor. Der Kronleuchter. Der Kronleuchter ist runtergefallen. Hadi. Nein. Wo soll ich denn wissen, wie das geht? Du wirst mich verarschen. Ja, weil du das getestet hast. Hadi, was? Was hab ich getestet? Klick E und fällt runter. Alter, willst du mich verarschen? Man kann ja, du drückst E und dann fällt das halt runter. Du wusstest, was Drop Chalandier oder so was ist. Alter, Jay, ganz ehrlich. Ich glaub du wirst dich. Ich glaub du wirst dich. Ich glaub du wirst dich. Ich hab überhaupt nichts gesagt von wegen Drop, bla bla bla. Du wirst mich verarschen. Das ist schon erstaunlich. Da bist du immer, wenn du als Traitor ertappt bist. So mal, Peter, lebst du noch? Hallo Bram. Hallo. Jay? Ah, hier kommt sie her. Ja, ich bin da. Also irgendeiner hat gerade dieses Ding gedroppt und ich glaub das ist Hardy. Ich bin definitiv nicht Traitor. Wer macht denn jetzt schon wieder das... Bram oder Web, glaub ich. Ich bin nicht Traitor. Also ich trau mich nicht gegen Hadi mehr anzutreten, weil der halt Sniper hat. Ich hab keine Sniper. Aber ich möchte halt einmal sagen, dass Hadi Traitor ist. Ich hab keine Sniper, du Lababacke. Hadi kann dann eh nicht. Da schießt aber einer auf jeden Fall. Da ist übrigens selbst weinte Kronelöchter auch noch runtergefallen. Hadi? Ja, ist ja gut gemacht, Hadi. Verkauf. Sepp, ich mach da doch jemand anderes. Sepp, verpiss dich! Chris, bei mir! Ich schieß auf dich! Jay bei mir! Ich weiß, dass du auf mich schießt. Geh ich in eine andere Richtung. Ne, ne, ich geh auch in eine andere Richtung. Oh, mach kurz. Sepp war da übrigens durch die Gegend. Wie ein Irrer. Bababababababababa! Da oben war eine Grenade, Hadi. Mein Hart wie ein Rock, ey. Also die Incidery Grenade macht auch kein Licht, schade. Schade. Wäre cool, ne? Ich hab ja wederlichen gemacht, weil mich das stört. Ja, wegen den Flammen halt. Wer könnte das sein, Hadi? Bist du das da oben? Nein! Aua! Loll, ich hab Brandschaden gekriegt. Die Mona Lila! Ja, das ist ja wirklich cool. Aber Peter ist tot, ja? Wer auch immer ihn getötet hat. Wie, Peter ist tot? Ja, der redet doch schon die ganze Zeit nicht mehr. Ja. Aber ich hab nicht mitgekriegt, mit wem er vorher unterwegs war. Leider. Vor allem, wo er ist. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist er aufgefressen worden oder sowas. Oh, jetzt bin ich grad schon da an Hadi dran. Cool, die kann man auch noch rein. Oder soll ich Hadi wegmachen? Ja, mach Hadi weg. Hadi ist bei mir, Hadi ist bei mir! Ja, ich weiß. Ich will sehen, ob du hier ne Bombe geplantet hast, du kleiner Wexter. Ich cool, ich bin so gut wie tot. Hau ab, Bram. Wer ist das? Scheiße. Warum bist du so aggressiv? Bram, geh weg oder... Geh weg! Alter, ohne Spaß. Geh weg oder ich schieß auf dich. Geh weg oder ich schieß auf dich. Ja, dann schieß doch, Hadi. Hau ab! Hadi schieß zuerst. Hadi schoss zuerst, aber der war innocent. Nein, mach nicht. Oh Leute. Nein, nein, nein. Sepp, Sepp, sorry. Wo ist denn, Bram? Oben. Okay, Christian hat ihn gemacht. Ich glaub nicht, dass das war. Nee, glaub nicht. Okay, der war innocent. Scheiße. Fickt euch. Die beiden. Ich bin das nicht! Ja, ja, einer von euch ist das, aber... Ja, Christian, warte. Ich hab Christian einfach mal hinweggemacht. Mit der verkackten MP5 ein Headshot mit so Faden... Ja, das ist ein Headshot. Kannst du erzählen, was der wirklich für den Lack hat? Ach, echt? Ach. Ach. Ich war der Traitor. Hättest du davon ausgehen können, dass ich innocent bin, wenn ich dir sage, du sollst sie was wissen. Als ich grad ne Treiber runterlaufen wollte, hab ich nen Lack gekriegt und bin gefallen und direkt gestorben. Nice, Peter. Wer hat denn jetzt das Ding gedroppt? Das war dann Chris oder was? Ja. Kannst du von fast überall aus der Map machen. Echt? Vom Dachboden aus oder was? Nö, nicht vom Dachboden. Und auch aus diesen Gängen, weißt du, wo du hinter dem Gemälde und so weiter langrannst. Gut zu wissen. Ich hab der Tadi echt n bisschen hart angelastet, aber... Ich hab's ihm nicht geglaubt, weil er wirklich zu vernutzt war. Ich konnte mich zurückhalten und die nicht töten. Und Jay hab ich zu stark geglaubt, da das nicht ist. Ja, als ob du da nicht eh drücken könntest. Ja, die ist zu inkompetent. Das ist ja impotent. Im... impotent, ja. Im... impotent. Übrigens ist die... Aber die hat doch schon drei Kinder. 15 Scheiße. Ach was? Ich bin gerade einmal runtergefallen. Ich find die nicht so geil. Hatte nur noch 12 HP. Das war echt nicht so cool. Ach kommt ihr mit eurem blöden Mongo-Licht, ey. Ich muss das Licht aus. Alter, da hat schon wieder einer Scheinwerfer runtergeschmissen. Ja, da hat jemand das Licht wieder angemacht. Scheinwerfer runtergeschmissen. Das juckt hier auch keine Sau, ne? Boah, ich glaub ich stell mich jetzt einfach mal... Warte, stell mich jetzt mal... Stell mich jetzt mal runter. Wer ist der denn denn jetzt gewesen? Mal gucken, wer den droppt. Jay. Wat denn? Jay ist da... Komm Jay, ich mach'n. Ja, auf jeden Fall. Komm, drop. Stopp. Loll. Boah, Alter. Das ist ja wirklich passiert. Welcher Wichser war das? Welcher Wichser war das? Alter. Das kann nur Peter gewesen sein. Ich war das nicht. Boah, das kann nur Peter gewesen sein. Fick dich, wieso kann das nur ich gewesen sein? Weil ich war hier. Weil ich war hier. Ich war hier. Du warst noch hier. Und sonst hat keiner dahin gekommen. Das geht auch aus den Gängen, Sepp. Das geht von voll weit weg. Und Jay hat sogar noch gesagt, guck mal, ich steh' da jetzt drunter. Boah, ich geh' jetzt. Das kann jeder gewesen sein. Ne, weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war? Das war Jay. Das war Jay. Jetzt ohne Spaß. Hier liegt ne Waffe im Scham. Da war Jay. Hier kommt ein Inze. Geh weg, geh weg, Jay. Ja, dann ist das tot. Der hat ne Inze geworfen. Willst du mich verarschst? Du schmeißt ne Inze runter? Also für Inzenary Werfen. Für Inzenary Werfen. Ich hab dich ja wohl gewarnt. Ich hab dich ja wohl gewarnt. Ich hab dich ja 5 mal gewarnt, ja. Mach's bitte. Da in dem Schrank drin, da liegt ne Waffe drin. Ich kann auch weggehen, wenn du willst. Kommst du da dran? Inzenary Werfen ist ein Traitor. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Nee, warte aber auch. Ich hab den 5 mal gewarnt, Christian. Ohne Spaß. Ja, Bram, machen wir dafür jedes Mal weg. Ja, weil der dafür nicht warnt. Ja, ich hab den gerade auch 5 mal gewarnt. Hat den nicht interessiert. Ja, was? Geh weg, geh weg. Da ist ne Ecke. Da kommt man nicht mehr weg, Sepp. Ach so, und da kann man nicht mehr wegrennen. Fram ist es. Fram du Lug. Fram du Lug. Je du Lug. Fuck, lacke, Alter. Hardy. Oh, Hardy, hast du aufgeräumt oder was? Jo. Drei Schuss, drei Schuss, drei Kills. Nice. Ja, musste ich mal kurz raushängen lassen. War ganz witzig. War ganz schön geil. Muss er da rausgehauen, Ass. Was? Alter. Sind die, sind die, sind die Waffen stärker gemacht? Nee, du musst auch richtig treffen, also Bram hat grad einen Bram gebraucht. Ich hab die ganze Zeit schon den Fehler, dass Johnny bei mir durchgehend Missing in Action steht, wenn wir die Runde haben. Also eben als ich Traitor war und Johnny halt noch gelebt hat, stand die ganze Zeit Missing in Action. Jetzt grade in der Runde auch. Okay, Melon Lounge hab ich hier umsonst gekauft. Da musst du mich halt öfters mal fragen, ob ich noch lebe. Boah, Hardy hat uns echt hammerhart weggemacht, ey. Ich wollte gleich auf den Kopf geschossen. Alter. Alter. Ich bin auch Missing in Action, immer noch. Ja eben, du bist jetzt bei mir auch wieder Missing in Action. Voll geil. Ja, ich bin, äh, tot. Jay ist einfach immer Traitor. Och man. Ja, ich bin Traitor. Oh, guck mal, ein süßes kleines Baby. Baby Launcher? Ein Baby Launcher. Servus Traitor. Oh, wir können ihn denn wegfliegen. Oh shit, ich hab keine Muni für... Ich brauch noch ne Pump Shot hier. Oh, hallo. Alter. Speed. Bei mir. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Wer hat denn da wieder das Licht angemacht? Deine Moda. Alter. Bram ist gestoppt. Weiß Bram. Alter. Okay, noch nicht. Alter. Ich hab noch 16 HP. Alter. Hier lässt einer schon wieder den Kronleuchter fallen. Kannst du denn eigentlich, ähm... Punkte? Ich glaub nicht. Nee. Ich glaube nicht. Alter. Loll. Oh, der zweite hängt da aber noch. Komm zu mir, ich hab hier Wart. Ich hör voll die Schreie. Was hast du? Ja. Hier ist was Neues. Die kommen aus irgend soem Radio oder so. Au! Stimmt, die kommen aus dem Radio. Was ist das? Dann weiß ich, wo du bist. Hallo. Ne, das ist Jay. What the fuck? Ja, ja. Ich... Aus welchem Radio? Sag mal, seid mal kurz bitte ruhig. What? Ich meine, ich hätte grad Piepen gehört. Ja, das Gefühl kenn ich. Ich geh mal weg hier von meiner Position. Kann man das Ding kaputt schießen? Hau! Ne. Uuuuh! Alter, ich hab so'n Cost-Damage gekriegt! Ich glaub, da ist grad irgendwen hoch gegangen. Alter. Ja, ja. Oh, ja. Hier ist so'ne Bombe, man! Ja, aber... Ich muss mich ein bisschen... Sag doch mal an genau wo. Ich hab keine Ahnung. Ich hör das nur immer wieder Piepen. Ich hab voll Angst. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier ist jemand gestorben. Hier hat jemand richtig Schaden bekommen. Hier hat jemand richtig Schaden bekommen. Hallo, Sepp. Alter! Ja, ja. Warte, warte, fahrst du für ne Waffe. Bei mir hast du gar keine Waffe. Ich hab ne Negev, Alter. Ich hab keine Waffe, okay. Alter! Bei mir hast du nämlich nix in der Hand. Bei mir hältst du die nur so krass, ey. Das ist voll ekelhaft. Wo denn? Wo denn? Alter! Wo? Ich bin für der Druckquelle ein bisschen... Jay, lebst du noch? Jay, lebst du noch? Jay ist draufgegangen. Stand der direkt daneben, oder was? Die war in nem... Die war in nem Zimmer, wo das Radio war. Wo die Schreie herkommen. In unserer Bibliothek. Du bleibst mal schön auf Abstand. Okay. Ich hab noch 19 AP. Das ist ein bisschen scheiße. Geil, Alter. Willkommen im Club, Christian. Also ich lauf nicht in meine eigene Bombe rein. Die würde ich ja durch die Wände sehen. Moment. Was? Was, Peter? Bram hat auch Damage gekriegt? Ja, ganz am Anfang doch schon. Am Anfang der Wunde. Ja, so. Peter ist schon wieder vergessen. Direkt nach der Preparing-Phase. Ey, guck mal, guck mal. Peter, guck dir mal den Kronleuchter an. Alter, der reagiert sogar. Machst du den kaputt? Ja, Mann. Der schwingt? Ja, Mann. Ne, der dreht sich im Treis. Ah, Physik. Ah, Hammerhahn, sowas gab's noch nie. Physik. Ah, Physik. Echt. Ja, das ist doch... Peter hinter dir, Sepp. Peter hinter dir, Sepp. Lol, da... Da hat jemand geschossen. Ganz ehrlich, Sepp, ich glaube, dass Peter war. Nein. Alter, Vater. Irgendwer... Warte mal. Doch, du bist da hochgegangen und da hast du ein Punkt gemacht. Ich wollte gerade sagen, das kam schon sehr, sehr krass hier aus der Richtung. Peter ist das! Okay. Achso, du bist der Letzte. Nein! Alter. Du hattest einfach so wenig! Ich hab noch sieben Leben. Oh, Mann. Ey, Sepp, ist das 1-on-1 oder was? Ihr wisst schon, dass das nicht der Letzte war, ne? Oh. Pfff. Ich dachte, ich war der Letzte. Also, ich hab noch 16 HP. Und spiel jetzt 2-on-1, ja? Ist ich das richtig? Ja. Alles klar. Und wie viele Leute habt ihr gekillt? Drei? Okay. Das heißt jetzt noch 2 Minuten 30 durchhalten. Wo bist du denn? Ey, komm, wir machen hier 1-on-1 hier lustig in der Arena. Den mir glaub ich dir nicht. Alles ist erlaubt. Ja, wow. Dann bin ich auf dem Weg bis dahin, bin ich tot oder was? Hm. Eigentlich hätte man schon wissen müssen, als die Bombe geplättet wurde, bei all den Sachen die es gibt, die hat dann Seppler das. Warum? Guck mal, es gibt 100 Sachen, ja? Und du nimmst dir trotzdem die Bombe. Ja, weil das am unauffälligsten ist, ne? Ach so, es gibt jetzt tatsächlich noch uns beide. Woran ist Christian denn gestorben? Ja, weiß ich nicht. Sehst du das nicht? Bist du nicht bei dem? Bist du nicht bei dem? Bist du nicht bei dem? Ja, ich bin gerade nicht bei dem. Warum nicht? Ja, wo sollte ich? Oh shit. Bist du Mongo denn? Ich hab auch leider kein Radar mehr, was ich kaufen kann. Ich hab, man kriegt leider nicht so cool viel Punkte, wenn man... What? Der ist in meine Bärenfalle gelaufen! Geil! Oh Peter, kann... Wieso wird mir das denn nicht aus? Nein! Ohne Scheiß, ich bin der Einzige, der die Fickbombe hört und ich sterbe als Einzige. Ja, woran können sie das wohl liegen, ey? Wie und? Ich bin immer weggesandt, dann hab ich sie immer wieder mal kurz gehört. Ja, aber die ist doch relativ nah bei dir explodiert, oder nicht? Ja, ich hab die, ich wusste aber nicht, wo sie ist. Die war oben im ersten Stock, direkt in den Raum, ja. Ja, ich bin halt immer wieder dahin gekommen durch meine diversen Geheimgänge. Aber böse, ne? Also die Bad Trap ist offenbar Instacill, interessant. Ja, Instacill. Nein, die ist nicht Instacill, die macht glaube ich so nach und nach immer Schaden. Ne, ich war halt direkt tot. Ja, aber du hattest noch sieben Leben. Ah ja, das stimmt. Klugen. Das doofe ist, wenn man Leute tötet, kriegt man leider nicht so viele coole Punkte wie sonst. Also, dass man sich richtig harten Stuff kaufen kann. Also ein bisschen schade. Darum ist hier pro Toten einen Punkt. Ja, darf ich denn mit Chris? Hallo? Nein? Ne, ich meine mich nicht. Ach man, schade. Ach komm. Oh, ich bin kein Traitor. Ich wollte doch, ich hab gerade mal das Monatoph Cocktail rausgeholt. Warum denn? Was willst du denn hier? Ich kann mal da durchmächte. Ja, aber was willst du denn hier? Ja, aber das durfte ich leider nicht ausprobieren. Was kann die Plasma-Grenade sein? Ja, aber hier ist doch kein... Nix. Hier ist doch kein Geheimgang. Ja. Alter. Alter. Was war das? Das war die Plasma-Grenade. Ey, Jay's missing in action, der ist Traitor. Ja, echt mal. Ne, bei mir bist du nicht missing in action diesmal. Alter, ich wär's auch noch mal einer, Leute. Vielleicht muss man dich erst sehen in der Runde oder so. Ich bin jede Runde missing in action. Kann die denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ja, mach das mal. Soll ich mich da mal reinstellen, Hardy? Loll, dann hat er den Dings weggemacht. Was? Einer hat den Dings weggemacht. Johnny, warst du das? Ja. Lassen wir mal durch hier. Johnny hat kurz zugegeben. Wer war das? Alter, ist der Nächste. Alter, wo kommt ihr hin? Da ist Johnny. Oh! Hallo, Jay! Oh! Oh Gott! Wie der Rund schreit, Alter. Wir sind alle. Haben wir das zu den gemacht? Ich bin hier die Leiter runtergefallen. Aha. Und auf wen wird da geschossen? Weil Hardy ist nicht an seiner Position, dann ist er wahrscheinlich Traitor. Dann ist er Traitor. Oh, ich bin noch hier. Wo ist der? LOL! Was war'n das? Was macht ihr da die ganze Zeit? Alter, hab ich mich ja... Ich hab' keiner... Ich dachte, jetzt hat einer die Flashbang benutzt. Oh, machst du? Hab' nur... Hab' nur geguckt. Da ballert doch einer wie ein Beklopter rum. Hier ist... Wieso ruckelt er denn gerade so hart? Ich kann mich nicht bewegen. Christian, hier ist Blut bei dir. Christian. Ja, ich bin den Wert abgelaufen. Bram war da... LOL. Hahaha. 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 Da liegt er. Der ist einfach rumgefallen. Okay. Wie konnte... Wie hätte ich dich denn retten können? Das ist ein bisschen... LOL. LOL. Peter? Weil der stand vor mir, ich konnte ihm quasi... Stepp, schieß, stepp, schieß, stepp. Das stimmt doch gar nicht. Okay, Jay ist es. Das hab' ich gesehen. Das hab' ich gesehen. Ich bin in meine eigene Bärenfalle getreten. Hahaha. Ich hab' die geplantet und dann bin ich dabei gestorben. Oh, nein. Das ist ein Scheiß. Highwise. Ah, die hast du heute noch mal mit gewonnen. Ja, gut, das war wahrscheinlich die eine feste Runde da gerade. Ja, liebe Leute. Sehr, sehr lustige Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen hier in, äh, Cluedo. Ich find' die Map geil, ehrlich gesagt. Ich fand' die auch ganz lustig. Joa. Ich wünsch' euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Haut in die Kommentare, was ihr wollt. Und bis dahin, bis dann. Tschüss. Dein Penis. Hahaha.